Das Rote Lämpchen Was kapiert ihr nicht? Wir sind geliefert! Ausgemistet! Am Ende! Macht euch mal locker! Wir haben alle gewusst, dass dieser Tag kommt! Werden wir weggeschmissen? Nein, niemand wird weggeschmissen! Aber es spielt keiner mehr mit uns! Macht mal halb lang! Keiner muss hysterisch werden! Jetzt ist der Zeitpunkt, um hysterisch zu werden! Sollten wir hysterisch werden? Nein, ja! Irgendwann vielleicht, aber nicht jetzt! Hey Leute, lasst uns checken, wie viel wir bei Ebay wert sind! Neues Spielzeug! Endlich spielt wieder jemand mit mir! Wo ist meine Nase? Sie ist hier! Hier, dein armes Genitzschatz, mein Schnauzbock! Um dein Buzz Lightyear neu zu starten, stecke eine Büroklammer... Wächst! Nimm deinen Finger! Hast du Buzz repariert? Nachos Espania Enchilada! Könnte man sagen! Salsa! Guacamole! Ole! Oh nein! Oh doch, das Astronautenfutter kehrt zurück!